Rund 50 Prozent aller Angestellten in Deutschland arbeiten am Schreibtisch. Circa 80 Prozent dieser leiden an sogenannten Bürokrankheiten. Ich möchte Ihnen die innovative Lösung dieser Beschwerden vorstellen. Als Sporttherapeutin musste ich feststellen, beim Großteil dieser Patientengruppe treten solche Muskel- und Gelenkbeschwerden trotz regelmäßigem Training in der Freizeit wieder auf. Kein Wunder, denn für das lange Sitzen sind wir nicht gemacht. Es fehlt die natürliche Spannung. Mit diesem Trainingssystem können all jene, die länger am Schreibtisch sitzen müssen, von diesem Dilemma erlöst oder davor bewahrt werden. Es ist das einzige Trainingssystem am Schreibtisch für den ganzen Körper. Durch Druck auf den Fußstämmer aktivieren Sie Ihre Muskulatur von den Zehen bis zum Rumpf. Bei wechselseitigem Druck kräftigen Sie außerdem die seitliche Bauchmuskulatur. Über das Zugband am Kraftarm wird variabel von den Fingerspitzen über den Schulter- und Nackenbereich bis zum Becken trainiert. Egal, ob Sie eine oder mehrere Zugübungen am Stück ausführen, die Erholung von Körper, Geist und der Augen ist in der ersten Minute einer Arbeitsunterbrechung am größten. Mit dem Sönig-Trainingssystem sparen Sie sich Arztbesuche und nehmen Ihre Gesundheit in die eigene Hand. Jetzt geht es erst nach dem Sönig-Trainingssystem-Raptor. Vielen Dank.